Musik Willkommen Andreas Kofler, früher mal Trauben aller Schwiegermutter, hat sich ja nichts groß geändert, sieht nach wie vor blendend aus, eine Karriere, nicht wie Samt und Seide, eine Karriere mit Aussetzern, oder? Die letzten zwei Jahre? Ja, schon, auf alle Fälle. Aber ich glaube, das ist im Sport irgendwo ein Teil davon, es geht immer auf und ab, zumindest ist es bei mir so. Wollen wir mal das Positive stehen lassen, ja? Ja, ja. Weltcup-Siege hier 2000 und, zweimal hast du ja gewonnen, 2000, zwar zeitig, 2001, 2011, 2011, 2011, 12, 12. Olympiasieger sowieso mit der Mannschaft und eins werde ich nicht vergessen, eine Zehntel, ein Zehntelpunkt hinter Thomas Morgenstern. So ein Himmelfund, ne? Damals, 2006. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, ansonsten verdienst du unseren größten Respekt, so lange, sag mal, weg von der Musik ganz vorn zu sein und niemals aufgegeben. Du warst ja, glaube ich, in keinem Kader mehr, oder? Ja, Kaderstatus habe ich schon gehabt, aber war natürlich, wenn ich jetzt die letzten Jahre anschaue, immer wieder mal so an der Kippe zum Continental Cup. Und irgendwie ist mir trotzdem immer wieder gelungen, dass ich halt im Weltcup starten kann und dass ich dann schlussendlich immer versöhnt aus der Saison ausgegangen bin, zumindest so, dass ich genug Motivation für den Neuen Cup habe. Und wir beide, der Gerd und ich, lassen kein böses Wort auf dich zulassen. Da lassen wir einfach nicht zu, weil wir so viel Respekt vor dir haben. Wie stark muss man mental sein, um zu sagen, hey, das, was mal war, muss ich doch wiederholen können. Ja, also, es ist ja immer so, das Glück ist ja ein Vogel, sagt man auch so, und man kann das Gefühl beim Skispringen eigentlich nicht festhalten. Das ist dann immer, bei mir zumindest ist es so, dass das immer einen Wellenverlauf hat, wo man, ja, wo man den Kern, um das, was es geht, dann einmal besser spürt und dann einmal weniger gut spürt. Und die Sache ist, ist das, die Kunst beim Skispringen, die Freiheit und das Gefühl aufleben zu lassen. Und ich habe es mit allem probiert, erzwingen, Brechstange, aber das ist halt so, das lässt sich in dem Sport nicht erzwingen. Aber die Hartnäckigkeit zahlt sich auf. Der Gerd ist ja der beste Experte, den Eurosport je hatte. Das ist ja hatte. 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 Und ich weiß nur ganz genau, wenn du dran warst, sagt er, hoffentlich, hoffentlich, mit dem rechten Skispringen, hoffentlich ja. Also, der kennt dich halt nun auswendig. Schwierig war es bei Turbulenzen, da habe ich immer Muffe gehabt, wie man so schön sagt. Ja, es war ziemlich lang so, dass ich über dem Fahrrad Probleme gehabt habe. Es wird jetzt immer besser oder im Sommer, es ist auch immer sehr stabiler geworden. Auch wenn man das angeschaut hat, Tchaikovsky und so, es ist auf jeden Fall vorwärts gegangen. Ich habe heuer sehr hart trainiert, auch mit dem Middelfloor, habe ich da versucht, einfach die Technik neu aufzubauen und ein neues Gefühl zu entwickeln. Auch ein bisschen innovativ zu sein, von der Vorstellung her, wie ein Sprung ausschauen soll. Und an dem haben wir sehr hart gearbeitet. Und ich merke es immer noch, ich bin immer noch im Prozess. Also, die letzten Jahre stecken tief drinnen. Das eingeschliffene Muster ist ganz schwierig zu handeln. Aber ich merke, dass der Weg stimmt. Ich habe im Herbst gemerkt, es fügt sich das Bild. Und ich kann da das Vertrauen reinpacken. Und das Vertrauen ist eines halt doch vom Wichtigsten beim Springen. Kann man das so formulieren, dass selbst ein so großer wie Andreas Kofler quasi nochmal von vorn angefangen hat? Kann man schon sagen. Also, ein gewisser Teil von Erfahrungen und so bleiben ja. Aber wenn man nicht gewillt ist, wirklich einen neuen Weg zu gehen, wird man irgendwo stehen bleiben. Und das Ziel war ja schon, irgendwo neu anzufangen. Das Feld wieder von hinten aufzurollen. Und ja, es war sehr viel Schweiß rein in dem Ganzen. Aber so wie es jetzt war mit der Start in Kusamo und in Klingenthal, hat mir schon sehr gut getan. Und ich habe einen riesen Freude mitgehabt, da wieder ein Trittabdäne reinzuschnuppern. Und ich merke es. Es ist noch nicht nur der Fangenstange. Und da versuche ich wieder hinzuschauen. Hoffentlich kommst du an das Ende der Fahnenstange. Wir haben uns sehr gefreut, dass du uns die Ehre gegeben hast. Und du darfst sicher sein, dass wir dir, vielen anderen auch, aber dir ganz besonders die Daumen drücken. Ja, ich bin mir auch sicher, dass die Leute, die Zuschauer, und dass das gute Karma mich am Laufen hält. Und ich freue mich natürlich, wenn ich auch dem Sport in einer gewissen Weise etwas zurückgeben kann. Weil mir hilft er und ich bin froh, dass ich auch ein Teil von dem Ganzen sein kann. Aber hast du in der ganzen Zeit, wo es jetzt nicht so lief, mal ans Aufhören auch gedacht, das noch hinzuwerfen? Ich meine, du hast ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, bis auf den Gesamtwertkampf. Na ja, es gibt schon Phasen, wo man einmal richtig Zweifeln anfängt. Und wo man richtig down ist im Ganzen, wo man sagt, da hat man einen riesen Brocken vor sich und man weiß wirklich nicht, was man jetzt tun soll. Und ausgesprochen habe ich es nie, aber es waren natürlich schon Situationen, wo man dann sagt, jetzt mache ich einfach nicht mehr. Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen und schaue, dass ich mir den Abstand zusammenbringe. Aber von meinem innerlichen Drang her ist es halt immer noch so, dass ich einfach gemerkt habe, da wäre ich jetzt auch nicht zufrieden. Wenn ich jetzt sage, jetzt lass ich es, dann geht noch was ab. Welche Rolle spielt die Familie? Ja, schon eine große Rolle. So nach dem Motto, Kofi. Ja, was da schön ist, ist, dass man halt einfach, egal wie es ausgegangen ist, ob es jetzt gut war oder schlecht war, beginnt heim. Und da wird das gar nichts auf die Waagschaltung gelegt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Pfad ist, dass du da einen Freiraum hast und du einfach schaffen kannst. Weil wenn du da ständig jemanden im Nacken sitzen hast, dann wird das schwierig, weil du machst dir selber auch einen Druck. Und da verändert sich dann wieder vielleicht ein bisschen ein Blickwinkel, wo es dir wieder neue Motivation, neue Kraft gibt. Und ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Polizist, Kofi in der Selbstkontrolle. Ja. Aber ich vermute mal, irgendwo Geschwindigkeitsmesser an der Autobahn wirst du nie sein. Ja, jetzt einmal aktuell bin ich leidenschaftlicher Skispringer. Und den Weg werde ich einmal noch weiter verfolgen. Ich habe natürlich auf die Ausbildung als Polizist abgelassen. Dir kann nichts passieren. Und ich sage mal, ein sehr guter Start, sage ich jetzt einmal, für die Zukunft gesetzt worden. Und weil ich mich halt einfach ganz auf den Sport konzentrieren kann. Und ich weiß, ich habe ein Backup. Ich kann nicht eine Zeit anfangen. Aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, weil es ist noch lange bis zur Pension. Und du sag mal, wenn wir beide jetzt ein bisschen zu schnell fahren würden in Österreich und berufen uns auf dich, bringt das was? Nein. Ich habe es mir gedacht. Leider nicht. Ich habe es mir gedacht. Aber Dirk, du fährst doch nicht zu schnell. Nein, eh nicht. Abgesehen davon. Wer fährt denn schon zu schnell? Wunderbar. Wunderbar. Ich danke euch. Ja, ja, ja. Ich muss wirklich sagen, ich schätze es sehr, dass sie da den Weg auch bestreiten können bis jetzt. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für die jungen Leute. Ich versuche sie auch immer dementsprechend zu motivieren, dass sie halt wirklich ein bisschen über den Tellerraum draußen schauen. Es gibt nicht nur Skispringen, sondern es gibt auch ein Leben danach. Und da gibt es halt wirklich eine gute Möglichkeit, sich auf das vorzubereiten und einfach ein bisschen vorzubereiten. Du musst unheimlich fit sein. Du warst gerade in der Sauna. Du bist hier mit einer dicken Jacke. Wir haben auch noch eingeheizt. Mit der Kappe. Ich hätte geschwitzt wie sonst was. Du sitzt hier ganz schön. Die Ohren sind eh schon heiß. Die Ohren sind heiß. Das nur aufpassen, dass du nicht so leicht wirst, nicht dass wir eine Schiene aufschwitzen müssen. Wenn du zu viel rausschwitzt, meine ich. Du, daher kommt der Begriff zu Ohren. Bei mir ist es nicht so schwierig. Sonst heißt es, die Ohren schmecken sie zu gut momentan. Oh gut. Gerd, noch was? Ja, blicken wir vielleicht mal voraus. Die Vergangenheit haben wir ja jetzt besprochen, aber es steht ja nun ein Highlight bevor. Also jetzt haben wir noch morgen den Wettkampf, klar. Dann Engelberg und dann ist auch noch heute vier Chancen-Tourney. Ich soll doch nochmal die Tournee gewinnen. Ja, wäre ja cool. Ja, why not. Hätte schon Freitag. Hätte schon. Aber wie startest du jetzt, sag ich mal, natürlich mit den Gefühlen von den letzten Jahren, jetzt bist du so wieder am Hauptstreben, wie startest du in die Tournee rein? Also was nimmt man sich vor oder was nimmst du dir speziell vor? Also grundsätzlich, mein Motto heuer war, aufgrund dessen, dass ich mal viel mit Jungen trainiert habe, einfach mit den zwei Gruppen, ist es so, dass es schon ein bisschen meine Einstellung sich auch diesbezüglich ein bisschen geändert hat. Also als Junge, glaube ich, geht man sehr frei und ohne großartig vorzudenken. Also wie du mit Priotz? Ja, sicher unbeschwert, ja, auf alle Fälle. Und mein Motto war heuer, dass ich so, schauen wir mal, wie weit ich komme. Mit Vollgas, ich versuche natürlich alles dran zu setzen, dass es funktioniert. Aber wirklich so ein bisschen mit dem Gedanken, dass ich so, schauen wir mal, wie weit ich es schaffe überhaupt. Und damit halte ich mir halt ein bisschen einen Freiraum, dass ich sagen kann, der ist zwar nach oben offen, aber ich versuche jeden Tag so gut wie möglich zu absolvieren. Die Tournee ist aber trotzdem das erste große Highlight, auch das erste Ziel von mir, wo ich sage, da möchte ich auf jeden Fall einmal am Start sein und möchte konkurrenzfähig sein. Also mein Prozess ist noch nicht abgeschlossen, ich merke es immer wieder. Ich habe so Phasen rein, so viel Highlight wegkommen zu tun, ist ja auch schwer. Aber es sind immer Lichtblicke dabei und dann versuchen wir einfach aufzuhandeln. Und der Prozess ist auf jeden Fall das Ziel von uns. Ihr habt ja einen Vorteil. Du kommst ja auf jeden Fall bis Bischofshofen. Wenn du in der Kernmannschaft bist, so wie du jetzt bist. In Deutschland ist ja immer der Cut dann quasi nach Garmisch, weil man weiß dann nicht, ob man bis Bischofshofen mitfahren kann, wenn man nicht ganz vorne mitspringt. Das Ziel ist schon, dass ich natürlich meine Aufgaben anständig mache und anständig erfülle. Und bei jeder Station sind das immer leichte Änderungen, wo ich sage, wo muss ich hin von der technischen Seite und wenn ich den knackt, dann bin ich zufrieden. Und dann weiß ich auch, wenn ich das zusammenbringe, dann bin ich handlungsfähig und dann kann ich fahren mitführen. Hast du einen Knackpunkt, Schanze, welcher dir nicht so liegt von den Vieren, vor allem einen Ausblick auf die Tournee? Sag's nicht! Also die Tournee, muss ich sagen, da sind alle vier Chancen richtig cool, weil sie so unterschiedlich sind. Also ich muss sagen, da tue ich mich da jetzt noch viel schwerer. Es ist ja schön, dass das mal ein aktiver Athlet sagt. Ich habe es ja auch häufig gesagt, wir hatten ja die Zeit, dass alle so gesagt haben, ja die Chancen bei der Tournee sind alle gleich geworden bis auf Bischofshofen. Ja, sie sehen gleich aus, aber wenn du auch sagst, sie haben sich vielleicht angenähert zu früher, aber trotzdem sind sie noch eigene Charakteristiken. Finde ich auch, ja. Man merkt, dass man bei der Tournee ist. Und das ist auch cool, das muss ich nur sagen. Ich habe schon ein paar Veränderungen für die Chancen gesehen, aber wie gesagt, den Charakter, der bleibt, gleich wie in Oslo, oder auch so die Chancen, die, wo es halt wirklich so Legenden sind, da merkt man, man ist da trotzdem auf der alten Chancen irgendwo. Okay, jetzt frage ich mal, die Chancen, die du mir wirklich am liebsten magst. Also wenn ich mir das aussuchen kann, dann würde ich mir wahrscheinlich nochmal das beste Resultat an Bischofshofen wünschen, weil es erstens meine Heimschance ist, zweitens ist sicher eins von den tollsten Sprüngen meiner Meinung nach, einfach durch den Kessel, durch die Atmosphäre. Da kriege ich jetzt eine ganz Laude, wenn ich nicht dran denke. Und deswegen sage ich, da nehme ich in Bischofshofen die Chance her. Das hat auf jeden Fall für mich die höchste Priorität. Weißt du, was du jetzt machst? Ist aber am schwierigsten. Weißt du, was du jetzt machst als Tiroler, jetzt redest du über den Berg Isel und jetzt verfällst du auch wieder in deinen Dialekt, wenn ich das mal so anmerken darf. Ja, gut. Der Türke ist ein guter Indikator für die Zuschauer auch zu Hause. Sprech Deutsch gefällt mir damit, wie ich euch recht verstehe. Für mich fällt es nicht so sehr auf, wie ich verstehe es noch. Ja, aber ich kann nicht verstehen, die Emotionen, die kommen mir da natürlich raus. Natürlich, verstehe ich auch. Ja, ja. Ich versuche deutlich zu sprechen. Alles klar. Das wird funktionieren. Naja, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr anstrengend, sind wir gleich am Ende. Sehr gut. So, mein lieber Andreas, wir danken dir mit einer Träne im Knopfloch. Geld kriegst du keins. Das passt. Ja, das passt, genau. Und wir wünschen dir wirklich alles, alles Gute, damit das auch festgeschweißt ist, was du dir jetzt wieder erarbeitet hast. Und dann lass es raus und wir freuen uns mit dir. Ja, danke. Als Gage bin ich mit euren Daumen zufrieden. Das muss ich sagen, das passt perfekt. Weil ich sage immer, jeder Daumen zählt und wenn ich da wieder vier mehr habe, das ist eine Freude. Du, vier Daumen sind vier Tourneestationen. Ja, super. Das ist vier. Was haben wir jetzt gemacht? Ja, das passt. Na dann, setz uns um. Ja, super. Danke, Andreas Kufler. Ja, danke. Und tschüss.